so leute wir sitzen hier gerade und haben die dickste brainstorm session ever gehabt wir haben jetzt das script für den dreh vervollständigt hat hier quasi nachdem ich so eine grobe scripting geschrieben habe haben wir uns zusammengesetzt weil er bei dem projekt hat auch regie machen wollte und jetzt haben wir inhaltlich noch mal echt viel aufgepimpt also schon wirklich eine dicke progression hier auch gehabt ich zeige euch mal eben das kript das ist das kript und mit richtig viel schreibfeder und so natürlich dafür aber super creative hoffentlich war richtig gut die session gerade und jetzt wo das alles geschrieben steht inklusive shot list auch eigentlich also wir haben ja auch gleichzeitig uns die die szenen die sehen haben uns ja im prinzip ausgedacht und vorgestellt und gleichzeitig halt auch die perspektiven und halt wie wir das shooten aufgeschrieben das heißt jetzt ist das ganze so mehr oder weniger lückenlos und hat auch sortiert nach locations das heißt wir können im prinzip je nachdem an welcher location wir sind und dann die drehplan raussuchen und dann halt nur das durchlesen dieses stück und das dann abdrehen bedeutet wir wären jetzt eigentlich ready für so leute ich denke mal es ist kein geheimnis mehr wir machen ja eine squid game parodie deswegen design ich gerade die karte am laptop nach damit ich die gleich auf dem plotter raus drucken kann und dann haben wir auf jeden fall die karte auch ready heute ist donnerstag morgen fahren wir nach hamburg morgens freitag also geht morgen der dreh auch los morgen abend ich habe jetzt auch mal alle requisiten besorgt hier sind jetzt waffen drin überall ich habe megafon besorgt ich habe diese karten gebastelt für squid game die müssten auch immer hier um fliegen wir sind dabei wir packen jetzt und das ist auch ein großteil meiner arbeit tatsächlich das ganze equipment einzuladen und zu sortieren aufzuladen und so weiter und das ist gar nicht so wenig arbeit das unterschätzen viele glaube ich beziehungsweise da denkt eigentlich keiner dran aber es ist so viel zeit was da so quasi ansteht nur das ganze equipment quasi einzuladen also das ist echt so viel arbeiten damit ihr es mal gesehen habt zeige ich euch das jetzt quasi einmal so geschafft das waren zwölf minuten und jetzt geht es weiter gleich von die anderen so leute wir müssen ja gucken wer vorne sitzt das haben wir noch nicht bestimmt so 15 versuch okay jeder beim ersten fast jeder hat so weit stechen die schaffen müssen stechen gut ist ja gut ist gut dann welche farbe wer anfangen ist mit rot und weißt du wie das spiel funktioniert ja du musst das ding umdrehen genau ein ding umdrehen genau ich kenne das von diesen damaligen wrestlingchips das gibt es nicht ne man fühlt sich so dumm und damit herzlich willkommen in hamburg wir sind gerade angekommen haben wir gerade schon serien getroffen der hatte schon mal was zu essen bestellt für uns wir laden jetzt aus oder vorsicht nicht dass eine tasche raus fliegt ja ja also so sieht es hier hinten aus ist full brother genau wir laden jetzt aus gehen hoch und dann essen wir was und dann wird gedreht heute noch heute noch let's go okay zum ersten mal schaut jetzt uns das nirght mal sehen vor eine blackout wie letztes mal jetzt am arm ride or die und hinten weiter drei warte mal das sieht doch aus wie der letzte auch oder genau ach du bringst ihn quasi noch mal raus einfach nee letztes mars war vierte tag jetzt ist ride or die was auch zudem zu dem thema eigentlich passt ne weil es in gewisser weise ist das spiel ne wow wie wir das skript perfekt auf diesen hohen geplant haben aber das ist cool das ist cool so wir präparieren gerade den koffer leg mal die karte bitte rein das ist unser koffer sind reich alter das ganze aufzubauen wir sind jetzt hier beim dreh erster schritt natürlich camera rick aufbauen maverick ich war ja und pia ist auch dabei und wir fangen jetzt an das rick für die rolling shots aufzubauen und ich habe sogar kleinen ersten test und zwar will ich jetzt sound aufnehmen parallel ich gebe jetzt einfach das mikrofon hier an sex mit dran und gucken was passiert ja ich bin gespannt ich auch ich glaube es funktioniert gut gottes dank bin ich da denn nicht ohne grund reimt sich camera rick auf maverick sind sie müde ja viel zu sehr viel zu spät natürlich verbringen wir die ganze nacht mit diesem videodreh natürlich wird dabei ja wenn da ein gutes produkt bei rum kommen und ja ich werde mich freuen darauf das ganze mir mal anzusehen nicht dafür bin ich ja hier zeigt noch mal wie kalt also mir ist tatsächlich war aber du hast die ganze fresse gekommen sind ja und weil ich 28 lagen haben ja gut ok ready denn alles oder nix ok ganz ehrlich was auch funktionieren würde ich glaube ich kann ja auch so halten und bitte so und und bitte nochmal zu hoch ich bin übrigens am game und ich bin hier auf dem ständen das ist so oh god ready und bitte in der battlecard arena angekommen in bispingen sind hier alle fleißig schon am einräumen ausladen und aufbauen wir machen hier noch einmal die letzten shots ready und fancy und ja ich bin gespannt wie es aussieht hier ist mega cool die halle ist riesig also perfekt für unseren dreh eigentlich wie ihr seht super super cool hier und zwei bikes stehen hier auch schon ready ja und dann kann man gucken wie viel ich gleich filmen kann noch oder parallel ob jemand noch filmen kann und bts mäßig damit ihr was sehen könnt wenn wir dann sehen